Nach Zeremonie in Italien Hellboys Daron Perlman, 72, und Alison Dunbar, 49, sind jetzt auch offiziell verheiratet. Bereits vor einer Woche postete Dunbar auf Instagram ein Video, das sie bei einem intimen Tanz mit Perlman in Italien zeigt, in einem Hochzeitgleit. Rechtsgültig geheiratet hatten sie in Europa aber nicht. Das holten die beiden Schauspieler laut Medienberichten jetzt in Kalifornien nach. Sie trennen 23 Jahre. Ron Perlman und die 23 Jahre jüngere Alison Dunbar sind seit 2019 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich am Set ihrer gemeinsamen Serie Start-up, die von 2016 bis 2018 lief. Im November 2019 ließ sich Perlman nach 38 Jahren Ehe von seiner Frau Opal Perlman scheiden. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Spot on News